Der Druck und Vorbereitungen Der Drache wurde skaliert gedruckt, genauer gesagt auf ca. 70%, denn auf 100% passt er nicht auf die Druckplatte des Ender 3. Merkt euch unbedingt den Skalierungsfaktor, denn die Augen, welche wir nachher separat drucken, müssen auch skaliert werden. Der Druck hat ca. 24 Stunden gedauert und das, wenn ich mich recht entsinne, bei einem 0,1 5er Preset und einem 15% Infill in Cura. Wie ihr sehen könnt, muss der Drache mit Supports gedruckt werden, die sich an mehreren Stellen befinden. Die ganzen Supports müssen im nächsten Schritt entfernt werden. Dazu habe ich die Kneifzange des Ender 3 benutzt und das hat recht gut geklappt. Wir zwicken jetzt Stück für Stück alle Supports ab und das dauert auch dann nochmal gerne eine halbe Stunde. Dort, wo wir die Supports abgezwickt haben, sind die Stellen nun aber unsauber und es sind noch Reste vorhanden. Deshalb habe ich mit einem Dremel und einem Schleifkopf all diese Stellen nochmal abgeschliffen. Das funktioniert recht gut, dauert aber auch nochmal eine Zeit lang. Alles in allem dauert das dann nochmal 30 Minuten. An einigen Stellen bin ich dann aber nochmal zusätzlich mit feinem Schleifpapier darüber gegangen, denn der Dremel hatte die Oberfläche nicht so ganz glatt hinbekommen. Ich habe jetzt direkt noch etwas ausprobiert, was ich woanders gesehen hatte und zwar gibt es noch kleine Rückstände auf der Basisplatte. Diese habe ich einmal leicht mit einem warmen Lötkolben weggeschmolzen, einfach einmal um das Gefühl dafür zu bekommen, was man mit dem Lötkolben so erreichen kann bzw. wie das dann aussieht. Ihr seht das Ganze ja hier im Video. Wir müssen allerdings sehr sehr vorsichtig vorgehen. Der Lötkolben, der schmilzt das Plastik natürlich wie weiche Butter weg. Mein Fazit ist, dass man damit durchaus Bereiche einfach und schnell glätten kann. Praktisch vor allen Dingen bei Stellen, die sehr schwer mit Schleifpapier erreichbar sind. Deshalb habe ich aus diesem Grund auch noch bei den Zähnen einiges mit dem Lötkolben quasi geglättet und verbessert, weil da kommt man wirklich schwer hin. Hier seht ihr jetzt den fertig ausgedruckten Drachentürklopfer und zwar habe ich den schon gereinigt. Das heißt, alle Supports sind entfernt und ich habe auch schon abgeschliffen, mit dem Lötkolben nachgebessert und das habe ich jetzt entweder schon gezeigt bzw. das müsste ich davor gezeigt haben. So sieht das hier fertig aus und ihr seht jetzt hier zum Beispiel die Augen musste ich ausschleifen, diesen Ring musste man freisetzen, die ganzen Supports musste man entfernen und ihr seht an manchen Stellen, wie hier zum Beispiel auch noch so ein bisschen, wo ich geschliffen habe, an diesem Ring hier und da unten zum Beispiel hier, da kommt aber nachher Grundierung und Farbe drauf, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, das sieht jetzt noch komisch aus, später wird es aber verdeckt. So sieht der Drache jetzt aus und den drehe ich jetzt langsam mal, das ist ein wirklich sehr detailliertes Modell, ein wirklich sehr sehr schönes Modell, der Druck hat insgesamt 24 Stunden gedauert und als nächstes muss das Modell jetzt auch wieder grundiert werden und mit der Grundierung geht es jetzt weiter. Grundieren und Grundfarbe Wie auch alle anderen Modelle bisher, so habe ich auch dieses grundiert. Schutzmaske, Grundierung und los geht's. Auch hier habe ich wieder vorsichtig dünne Schichten aufgesprüht, damit sich keine Nasen bilden. Mittlerweile habe ich da ein sehr sehr gutes Gefühl für entwickelt. Geht lieber zu vorsichtig als zu forsch vor. Wenn ihr nämlich zu viel aufsprüht und sich Nasen bilden, dann bedeutet dies erneute Schleifarbeit, um die Nasen dann wieder zu entfernen. Ich empfehle zwei oder drei Durchgänge mit sehr dünnen Schichten. So mache ich das immer und bei mir funktioniert das so sehr gut. Ich habe mich dazu entschieden, den Drachenkorb jetzt erst einmal komplett schwarz anzumalen, denn das ist die Basisfarbe und wenn da später etwas durchscheint, an Stellen, die man eventuell nicht so erreicht hat oder vergisst, dann ist das nicht schlimm. Das ist immer mein Grundgedanke, wenn ich die Grundfarbe wähle. In dem Fall war natürlich das Modell auch schwarz, aber wie gesagt, man druckt ja nicht immer schwarz. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Ganze in grün ausdruckt oder rot, dann wäre das jetzt eben der Fall, falls man jetzt das Finament hat in einer anderen Farbe. Man hat ja nicht unbedingt immer schwarz zur Verfügung. Hier sehen wir jetzt den fertig grundierten Türklopfer in Form eines Drachen und da seht ihr jetzt auch schon die Schattierungen, die Details kommen jetzt hier besser heraus. Und ich drehe das Ganze jetzt mal hier kurz, dass ihr das von allen Seiten sehen könnt. Die abgeschliffenen Stellen sind hier oft unten, das heißt, die sieht man nicht so gut. Wo man es natürlich ein bisschen sieht, ist hier vorne, da unten. Da hätte ich ein bisschen besser abschleifen können, da werde ich noch ein Foto einblenden, das sieht man jetzt hier nicht so gut. Und das Grundieren ist ein bisschen komplizierter, mehrere Vorgänge sind da nötig, weil man muss zum Beispiel diesen Ring hier drehen, um alle Stellen zu erreichen. Und irgendwo auf der Seite, ich sehe es gerade nicht, da habe ich auch ein bisschen vergessen, wenig, da ist noch ein bisschen schwarz. Ist jetzt in dem Fall aber nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe hier alles erstmal grundiert. Und das drehe ich jetzt nochmal kurz, dass ihr das jetzt seht. Das ist wie gesagt der erste Schritt, das ist immer die Grundierung. Und jetzt geht es dann weiter mit der Bemalung. Und das kommt jetzt im Anschluss. Blauer Layer Der erste wirkliche Farblayer wird blau. Ich habe ein sehr helles Blau ausgewählt und dann später im Verlauf noch mit Schwarz gemischt, aber das seht ihr ja gleich hier im Prozess. Ziel war es hier einfach eine zweite Farbschicht aufzutragen und dabei die tieferliegenden Bereiche jedoch schwarz zu belassen. Also habe ich quasi sanft und mit nicht zu viel Farbe einfach alle Flächen bestrichen. Ich zeige euch davon jetzt ein paar Ausschnitte und dann kommen wir zu meinem Kommentar. Und das war jetzt der erste Schritt und mein Generalplan ist es, diesen Drachen so einen bläulich-silbernen Look zu verpassen. Die Augen kommen mir später noch rein, das hatte ich eventuell bereits erwähnt. Die werde ich separat noch machen, das seht ihr dann auch noch, wie die Augen gestaltet werden, das werde ich auch reinschneiden. Und das ist jetzt der erste Schritt. Ich habe jetzt mal ein bisschen hier mit Blau quasi so ein paar Nuancen hier überall hinzugefügt, absichtlich auch in verschiedenen Farben. Bisschen dunkler, bisschen heller, um zu schauen, wie das wirkt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und es ist so geworden, wie ich es mir vorstelle. Ich werde jetzt hier wieder mit Layern arbeiten. Denkt immer dran, glaubt nicht, dass ihr alles in einem Schritt perfekt malen könnt. Wir arbeiten hier in Layern. Das heißt, es wird verschiedene Schritte geben. Ich muss zwischendurch immer wieder warten, dass es trocknet. Zum Beispiel werde ich diesen Ring hier als letztes anmalen, weil ich dann nicht darauf achten muss, ob ich den vielleicht mal aus Versehen erwische. Das gleiche gilt hier auch für die Basisplatte. Ich werde mich zuerst einmal quasi um die, um dieses Grund, um diese Grundfarbe mit dem Blau kümmern und die Zähne werde ich auch später anmalen. Wie gesagt, wenn ich die jetzt weiß anmale, dann habe ich nachher das Problem, wenn ich die leicht erwische, sind sie wieder blau. Muss ich wieder weiß drüber. Das heißt, da muss so ein gewisses Layer-Denken vorhanden sein, was ich hier mache, um mir auch Arbeit zu ersparen, damit das Arbeiten generell auch einfacher ist. Das ist jetzt, wie gesagt, hier die erste Schicht. Wir haben hier blaue Nuancen und jetzt kommen wir dann im Anschluss zur nächsten Schicht und da werde ich jetzt Schicht für Schicht alles mit euch wieder bis ins Detail durchgehen. Jetzt geht's weiter. Roter Layer. Der zweite Farbläher wird rötlich. Damit möchte ich eine gewisse farbliche Varianz erreichen, die später dann nur noch subtil zu sehen sein wird. Ich habe also etwas Schwarz und ein helles Rot auf die Palette gegeben. Anschließend habe ich wieder begonnen, überall zart drüber zu pinseln. Wir möchten das Blau und das Schwarz aber erhalten, gehen also wieder vorsichtig vor und nehmen immer nur wenig Farbe mit dem Pinsel auf. Da, wo wir es möchten, fügen wir eben mehr oder weniger Farbe hinzu. Um die Augen herum habe ich zum Beispiel etwas mehr aufgetragen. So ein Farbläher hat mich dann auch nochmal 20 bis 30 Minuten gekostet. Danach muss alles logischerweise wieder trocknen. Hier seht ihr jetzt den zweiten fertigen Layer. Also wir sehen hier die blauen Bereiche noch ein bisschen hervorkommen, sehen hier aber auch rötlich-dunkel verschiedene Farbnuancen. Das sieht man auch hier vorne. Das war mein Ziel, dem Ganzen so erstmal einen Farbverlauf-Touch zu geben. Sage ich jetzt mal, ich bin damit noch nicht so ganz zufrieden. Hier zum Beispiel gefällt es mir sehr gut, da haben wir leicht blau an den Seiten rot und um die Augen herum auch etwas rot hier. Auch der Farbverlauf hier hinten, das gefällt mir an sich auch. Hier oben auch, das ist mir auch gut gelungen, so wie ich das mir vorgestellt habe. Wir haben jetzt hier also Farbnuancen drin. Allerdings bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Irgendwie stört mich da, mir fehlt da noch irgendwas. Jetzt habe ich mir mal weitere Gedanken gemacht. Ich werde jetzt mal ausprobieren, mit Silberfarbe hier noch Nuancen an einigen Stellen zu setzen. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Wie gesagt, da schaue ich, wie das wirkt. Wenn das total schief geht, übermale ich das natürlich wieder. Wie gesagt, man muss da immer experimentierfreudig sein. Und ich versuche auch nicht einfach irgendwas nachzumachen. Das mache ich hier zum Spaß. Da will ich kreativ sein. Probiert da einfach Sachen aus. Klar könnt ihr es auch nachmachen, so wie ich das jetzt hier dokumentiere. Aber an sich, wie gesagt, nutzt da die Farben, die ihr mögt. Probiert Sachen aus. Ihr könnt ja nichts kaputt machen. Das ist ja eigentlich, das macht man ja eigentlich zum Spaß. Das ist jetzt hier, soll ja keine Arbeit sein. Oder, dass ich jetzt unbedingt irgendwie Schritt für Schritt irgendeiner Regel folgen muss. Das hier ist Kunst, Kreativität, Spaß, Fun. Macht da was draus. Macht das, wie ihr wollt. Ich gebe euch nur hier Hinweise, Tipps. Und eben erkläre, wie ich da vorgehe. Was ich mir da für Gedanken mache. Ihr könnt das natürlich auch nachmachen, wie gesagt. Aber am Ende bleibt es jedem selber überlassen. So, das war jetzt auf jeden Fall die zweite Farbschicht. Und ihr seht den Effekt. Ihr seht, was das hier verändert hat. Und diese Farbnuancen, bisschen blau, bisschen dunkles Rot, Weinrot in die Richtung. Und jetzt im nächsten Schritt werde ich jetzt mit der silbernen Farbe ein Experiment durchführen. Das zeige ich wieder alles, dokumentiere das. Und im Anschluss werde ich es dann auch wieder kommentieren. Und damit geht es jetzt weiter. Silberdetails. Da sieht jetzt alles noch sehr flach aus. Und ich wollte jetzt mehr Detail und etwas Glanz hinzufügen. Also habe ich die Silberfarbe, welche ich für den Terminatorkopf verwendet habe, ausgepackt. Mein Plan war es jetzt, damit kontrastreiche Details hinzuzufügen. Dabei ist es wieder extrem wichtig, nur sehr wenig Farbe aufzutragen, beziehungsweise der Pinsel muss sehr trocken bleiben. Bei solchen Vorhaben tunke ich den Pinsel deshalb auch nicht direkt in die Farbe. Sondern ich vermale generell Farbe mit einem zweiten Pinsel auf der Palette. Das demonstriere ich nun einmal kurz. Ihr seht jetzt, hier habe ich wenig Farbe aufgemalt. Und dort nehme ich dann die Farbe mit dem Pinsel auf. Dann pinsele ich samt über die Oberfläche. Die Farbe bleibt hier dann nur leicht und an den Rändern hängen. So könnt ihr sehen, wie ich langsam die Details herausarbeite. An der Kralle vorne können wir das in der Nahansicht nochmal betrachten. Ihr seht nun, dass dieser Schritt einen massiven Unterschied macht. Die gleiche Technik habe ich auch noch genutzt, um den Fuß anzumalen. Dieser ist momentan, wie auch der Ring vorne, noch komplett schwarz. Mit dem recht trockenen Pinsel habe ich also vorsichtig wieder über die Ecken und Kanten gepinselt. Der Ring vorne bekommt jetzt auch noch etwas Farbe ab, damit er auch einen alten metallischen Look erhält. Dieses Vorgehen war nicht wirklich geplant, sondern es ist mir während des Mahls eingefallen und ich habe es einfach ausprobiert. Es geht hier darum, Spaß zu haben und ausprobieren ist definitiv ein Weg, um viel zu lernen. Wenn einmal etwas schief gehen sollte, dann macht euch keine Sorgen, dann übermalen wir das nämlich einfach und dann malen wir eben wieder drüber. Also nur Mut zum Experimentieren. Die Hörner und Zähne habe ich bisher alle mit bemalt, was ich mir aber hätte theoretisch sparen können. Mein erster Gedanke war es, sie komplett schneeweiß anzumalen. Allerdings wäre mir der Kontrast da zu hoch gewesen und deshalb habe ich aus Weiß und der Silberfarbe ein Grau gemischt. Mit dieser Farbe werden dann alle Hörner und Zähne sowie die Krallen angemalt. Bei den Zähnen war das am schwersten, da eine ruhige Hand nötig ist und vor allem natürlich auch ein feiner Pinsel. An einigen Stellen hat die Farbe beim ersten Durchgang nicht so gut gedeckt und deswegen habe ich viele Flächen zweimal bemalt. Nach dieser Schicht habe ich dann auch nochmal einen trockenen Pinsel genommen, etwas Silberfarbe aufgenommen und bin damit nochmal überall über die ganzen grauen Flächen gegangen, damit die an manchen Stellen leicht glänzen. Das gibt dem Ganzen auch nochmal wieder so einen kleinen Effekt eben, weil das Licht dann dort reflektiert wird. Hier seht ihr jetzt quasi den zweiten und dritten Schritt. Also was ich jetzt gemacht habe, ist mit Silberfarbe wieder. Das ist dieselbe Farbe, die ich beim Terminator-Kopf benutzt habe. Bin ich hier leicht wieder überall drüber, das heißt diese glänzenden Ränder, auch wieder mit so einem trockenen Pinsel, die ihr überall seht, jetzt habe ich hier eben überall Details in Form von Silber. Das habe ich hier auch unten gemacht, an dem Ring auch, wie ihr sehen könnt. Ich drehe das mal vorne. Das gibt dem Ganzen halt auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Detail und das reflektiert vor allen Dingen das Licht. Das macht auch sehr viel aus, das seht ihr hier. Dadurch gibt es dem Ganzen mehr Tiefe, mehr Struktur, einfach mehr Detail. Okay, dann habe ich die Zähne hier leicht gräulich angemalt. Grau-Blau sage ich jetzt mal, ich habe da weiß mit Grau gemischt, also weiß mit der Silberfarbe. Außerdem habe ich die Hörner hier angemalt, die sind jetzt natürlich noch sehr sauber. Das werde ich noch ein bisschen übermalen quasi wieder. Ich werde da auch wieder Struktur reinbringen, weil momentan sind die so einfach nur weiß-grau-bläulich. Das war jetzt auf jeden Fall quasi Schritt 3 und 4, sage ich jetzt mal, in einem. Also quasi die Silberschicht plus die Zähne. Und im nächsten Schritt werde ich mich jetzt darum kümmern, diese Hörner hier und die Zähne noch mal ein bisschen mit Detail, so sehr Dreck, Struktur zu versehen. Und damit geht es jetzt weiter. Fertiger Korpus. Hier seht ihr jetzt fast den fertigen Drache, beziehungsweise der Drache selbst ist schon fertig. Die Augen werden noch bemalt, das kommt im Anschluss. Und da werde ich auch noch kommentieren, wie genau ich das gemacht habe. Und danach zeige ich euch dann den fertigen Drache mit Augen. Was ich jetzt in diesem Schritt gemacht hatte, ist, ich habe hier diese Hörnchen, die ich grau hatte, noch etwas ein bisschen mit Silberfarbe bestrichen, dass die das Licht etwas reflektieren, dass da so ein bisschen quasi ein Verlauf reinkommt im Licht, dass das ein bisschen wirkt vom Effekt her. Das heißt, hier diese Hörnchen, dann die Hörner da hinten, natürlich die großen Hörner hier. Und da, da hatte ich noch mit Schwarz drüber gemalt, das sah aber nicht so toll aus. Die wollte ich dann doch lieber in Richtung Grau lassen. Und ihr seht schon, wenn ich das Ganze drehe im Licht hier, achtet auf die Hörner, dann ist das nicht nur grau, sondern es reflektiert das Licht ein bisschen. Das gibt dem Ganzen eben, wie gesagt, mal wieder mehr Detail und einen Effekt. Des Weiteren habe ich die Zähne auch noch an manchen Stellen leicht bestrichen, also nur so grob nach Gefühl. Das Hörnchen hier vorne auch, die Krallen da unten auch leicht hier. Alles quasi das, was aus Horn wäre. Hier die Zähne und auf der anderen Seite auch wieder die Hörnchen. Wie gesagt, das waren jetzt hier ein paar weitere Details. Der Drache gefällt mir soweit jetzt ganz gut. Es gibt so ein leichtes Blauschimmern durch. An manchen Stellen sieht man noch minimal das Rötliche, was ich da anfangs aufgetragen hatte. Die Kanten hier leuchten alle durch die Silberfarbe, mit der ich das Ganze hier grob, leicht und trocken bestrichen habe. An den Augen habe ich auch noch Silberumrandung hinzugefügt, quasi um die Augen ein bisschen hervorzuheben mit dem Detail die Umrandung eben. Und hier sieht es hier eben den Drache. Ich drehe den nochmal kurz. Das ist jetzt schon mal der fertige Drache. Und jetzt geht es weiter mit den Augen. Die Augen. Kommen wir zu den Augen, welche eine kleine Herausforderung waren. Es gibt sehr viele Videos auf YouTube, die zeigen, wie man Drachenaugen malen kann. Das Problem ist, dort wird auf Glas gemalt und dort kann man recht gut schmieren. Das klappt aber auf Plastik mitsamt den 3D-Drucker bedingten Rillen allerdings nicht so wirklich gut. Deshalb habe ich etwas herumprobiert und etwas Eigenes entwickelt. Los geht's. Ich arbeite auch hier wieder mit mehreren Farblayern und für den ersten Layer habe ich einen rosa-roten Farbton genutzt. Die Farbe seht ihr hier im Video. Hier arbeite ich nicht deckend, sondern trage einfach großzügig Farbe auf. Deckend ist auch nicht nötig, da ich das Auge absichtlich mal wieder in Schwarz gedruckt habe. Im Anschluss wollte ich nun feine Farbstreifen aus der Mitte heraus malen. Das Problem ist, dass ich keinen so feinen Pinsel besitze. Also habe ich Farbe aufgetragen und dann mit einer simplen Stecknadel von innen nach außen gekratzt. Außerdem habe ich damit im Inneren auch noch etwas blaue Farbe verteilt. Mit dieser Technik habe ich jetzt erstmal den Look erreicht, den ich geplant hatte. Feine Farbstreifen von innen heraus. Hier noch einmal kurz der fertige Schritt 2. Als nächstes brauchen wir eine zweite Farbe und ich habe mich für Orange entschieden. Momentan, das muss ich zugeben, sieht das alles noch brutal bunt aus, aber wenn die Farben trocknen und später im Modell sind, sieht das nicht mehr so grell aus. Ihr werdet es nachher selbst sehen. Auch hier gilt wieder dasselbe Prinzip. Farbe auftragen und von innen nach außen mit der Nadel kratzen, sodass sich feine Streifen bilden. Beim ersten Auge ist mir das etwas besser gelungen, finde ich. Hier der direkte Vergleich der beiden Augen. Es kann im Video übrigens sein, dass ihr Teile des ersten Auges gemischt mit Teilen des zweiten seht. Ich habe nämlich beides mal die Kamera mitlaufen lassen und das natürlich hier im Nachhinein zusammengeschnitten. Zu guter Letzt malen wir die Iris im Inneren noch schwarz an. Ich habe dabei extra viel Farbe genommen, um die Unebenheiten voll aufzufüllen. Um den Augen Glanz zu verleihen, habe ich hier mal wieder Epoxidharz eingesetzt. Wie immer habe ich zuerst zwei große Tropfen in einem alten Kronkorken angemischt. Anschließend wird das Innere des Auges komplett mit Harz aufgefüllt. Dank der Oberflächenspannung fließt das Harz auch nicht weg. Als nächstes wird noch Harz auf dem Auge selbst verteilt, und zwar in dem Bereich, der später durch die Augenlöcher schaut. Das fertige Auge seht ihr jetzt hier im Bild. Zum Abschluss noch ein Kommentar im Nachhinein von mir. Hier seht ihr jetzt die beiden finalen Augen. Einmal hier dieses Auge. Ich finde allerdings, dass mir das erste, da ist das Ganze hier ein bisschen klarer, diese Linie, dieses Orangene, dass mir das ein bisschen besser gelungen ist, sage ich jetzt mal. Aber das kann auch Geschmackssache sein. Ihr seht auch, das Ganze ist mit Lack überzogen. Das habe ich nicht komplett mit Lack überzogen. Also mit Lack eigentlich ist das eben dieses Epoxidharz. Denn ich habe nur den Teil überzogen, der nachher auch durch das Loch zu sehen sein wird. Weil ja, was soll ich da alles überziehen mit? Ihr habt jetzt auf jeden Fall vorher gesehen, wie genau ich das gemacht habe, mit welcher Technik. Und im Endeffekt basiert es darauf, dass ich mit einer Nadel Farbe aufgetragen habe und diese quasi da weggekratzt habe, um diesen Effekt hier zu erreichen. Es ist nämlich so, mit Pinseln, also ich habe nicht, die Pinsel sind nicht fein genug, damit habe ich das nicht hinbekommen. Ich hatte eigentlich versucht, eigentlich wollte ich das so machen, wie es auf YouTube einige Videos gibt, wenn man nach DragonEye sucht. Allerdings habe ich schnell gemerkt, die malen auf Glas. Und das heißt, auf Glas verhält sich die Farbe völlig anders. Die kann man da mehr ziehen, mehr kratzen. Das verwischen und das funktioniert auf Plastik nicht so gut. Das heißt, ich habe hier so provisorisch einfach eine Technik genutzt, das mir eingefallen ist, das heißt in dem Fall die Nadel. Und das ergibt dann hier diesen Effekt. Ich bin damit eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Das heißt, das war einfach mein Experiment, das erste Experiment, was ich da jemals so gemacht habe, im Augenmalen. Und ich finde, es ist mir ganz gut gelungen. Diese Augen werde ich jetzt auf jeden Fall in die vorgesehenen Höhlen montieren. Und im Anschluss jetzt werde ich euch den fertigen Drachen zeigen. Der fertige Drachenkopf. Hier seht ihr den finalen Drachen. Und wie ihr jetzt seht, sind die Augen nicht so krass bunt, wie sie ursprünglich aussahen. Im Nachhinein habe ich das Modell noch mit Klarlack angesprüht. Ein kurzes Video über das Lackieren mit Klarlack ist noch in Planung. Und was ihr hier seht, ist noch unlackiert. Den Link zum Artikel und den Materialien findet ihr wie immer unter dem Video und dem Artikel selbst. Aber jetzt direkt wieder mein Kommentar zur finalen Version. So, hier seht ihr nun den fertigen Drachen. Und die Augen seht ihr hier. Ihr seht auch, dass das Licht quasi so ein bisschen glänzt, das Licht reflektiert. Dann sind die Augen lebendiger. Das ist eben so Sinn und Zweck, dass ich die, also das ist der Zweck von dem Epoxid-Haas, mit dem ich die Augen überzogen habe. Dann seht ihr die ganzen Details. Hier ist hier die Strukturen. Wir haben noch leichte blaue Bereiche. So ein Blauschimmer kommt da irgendwo noch durch. Leicht rötlich. Das sieht man auch noch im Licht. Dann die ganzen Silberbereiche hier, die dem Ganzen auch Detail geben. Hier vor allen Dingen an den Ecken. Hier oben. Dann habe ich den Griff vorne auch leicht so halb Silber gemacht. Absichtlich, dass der nicht ganz so stark silbrig ist. Die Krallen natürlich. Die Platte hier unten. Die Base, die habe ich auch mit Silber leicht angestrichen. Die Grundfarbe war ja generell schwarz. Und die Zähne hier, die reflektieren jetzt auch ein bisschen das Licht. Denn Silberfarbe ist da auch ein bisschen dran. Nicht Vollsilber, nur leicht. Die Basis ist da grau gewesen. Das habt ihr ja alles bereits gesehen. Das gleiche gilt für die Hörner hier hinten. Und hier hinten haben wir dann auch wieder diese Silberstruktur. Überall an den Rändern. Hier unten. Blauschimmer durch. Leicht rötlich. Sieht man hier auch noch an manchen Stellen. Und das gleiche gilt hier auch für die andere Seite. Und so sieht es eben der Drache aus. Mir persönlich gefällt der sehr gut. Es ist mir gut gelungen, finde ich. Also ich hatte ja eine Vorstellung natürlich, was dabei rauskommen soll. Wie das so aussehen sollte. Und mir gefällt es. Ich bin damit zufrieden. Und hier um die Augen habe ich auch nochmal Silber drumrum gemacht, dass die ein bisschen da rauskommen. Ihr habt jetzt auf jeden Fall gesehen, was hier bei diesem ganzen Projekt rausgekommen ist. Ich habe das alles dokumentiert. Und das Projekt hat natürlich Zeit gekostet. Also ich habe das nicht in fünf Minuten gemacht. Das sollte klar sein. Und das ist übrigens ein Weihnachtsgeschenk. Das werde ich an Weihnachten verschenken, diesen Drachen. Ja, das war der Drache hier. Die Farben, wie ich das alles gestaltet habe, habe ich dokumentiert. Und wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, also nachmachen könnt ihr es natürlich, aber am besten könnt ihr euch eigene Farben aussuchen. Aber mischt da nicht zu viele. Na gut, ihr könnt das ganze Ding auch rosa anmalen. Aber ich wollte so einen gewissen Stil, so einen gewissen Look erzeugen. Den habe ich eben hier erreicht. Und wie das geht, was ich mir da für Gedanken gemacht habe, was ich für Farben genommen habe, wie ich das alles kombiniert habe, habe ich ja jetzt dokumentiert. Und aufgrund dieses Videos wisst ihr da jetzt Bescheid. Das war auf jeden Fall ein weiteres 3D-Modellbemalungsprojekt von mir. Und den Link zum Material und zum Artikel, wo ich alles nochmal dokumentieren werde, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, dir hilft dieses Video weiter und inspiriert dich zu eigenen Malaktionen. Das war es von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.